So Freunde, ich habe mich mal informiert über das Spiel hier, also für die 100% eher, was man dafür erreichen muss, nämlich alle Star Coins. Bose besiegen für den zweiten Stern, also einmal besiegen mindestens, dann alle Geheimwege ist auch klar, dann, äh, ich glaube dann auch die Sternmünze natürlich in der Special World, und, ich, drei Kronen bei der One-Up-Anzeige da haben, und wie man die bekommt, man muss genügend One-Ups dafür haben, und, was, was ist das denn, was, äh, what the fuck, no blows, no, no, was ist das denn für ein Geisterhaus, hey, ich verstehe das überhaupt nicht, Brodis, ist das verständnisvoll oder nicht, so, keine Ahnung, Bro, ich habe keine Ahnung, das ist die erste Star Coins, nee, 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 lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe, nein, Ach, scheiße, erstes Star Coins, perfekt, also hier müsste es auch, ähm, was geben, wie soll ich sagen, Mara pisse dich, also hier müsste es, etwas geben, und zwar, ein Secret Exit, aber wo soll das denn hier sein, das ist jetzt sicher und noch nix, hier ist auch nix, was, 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 what the fuck, Das habe ich jetzt eher durch Zufall gefunden, ist das das Secret Exit? Ich hoffe, das führt auch zu dritten Star Coins, das wäre ziemlich cool, ja, das ist auf jeden Fall das Secret Exit, so wie es aussieht, ja, doch, Zufall, wie geil, ey, wie geil ist das denn, ich wollte eigentlich nur schauen, ob da unten so eine unsichtbare Wand ist, und da habe ich einfach mal gesprungen, weil ich ja wieder raus wollte, ist das gemein, ist das gemein, aber okay, so, das führt uns zu 2b, okay, aber wir brauchen noch die dritte Star Coins und das Normal Exit, deswegen, gehen wir hier weiter, so, ich weiß, wie man hier unendlich One-Ups holt, ja, ich muss es mir anschauen, weil ich muss es ja auf Skyn machen, auf Kronen und so weiter, damit ich auch fünf Sterne in dem Profil habe, und ich habe gehört, wenn man den goldenen Tanuki einsammelt, glänzen die Sterne nicht mehr, das heißt, wir wollen, ich will die glänzend haben, ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt geht noch, weil das wäre jetzt nämlich richtig scheiße, weil an sich habe ich ja, hätte ich ja die fünf Sterne dann schon mal sicher, aber glänzen weiß ich jetzt nicht, weil ich ja auszusehen, nee, wobei nicht auszusehen, ich wollte ja den goldenen Tanuki haben, aber dann habe ich ja gewusst, dass es nicht ist und habe ihn nicht eingesammelt, mal schauen, ob es dann trotzdem noch zählt, weil an sich habe ich ihn ja nicht eingesammelt, und hier war die zweite Star Coin, gut, hier war das Secret Exit, ziemlich asozial, für die Leute, die jetzt neu ein bisschen gespult haben, ja, ich bin, ich bin sozial, oh, jetzt dreh dich noch nicht immer so um, ey, also das ist Reflex von mir, weil, ja, wenn ich so einen Geist sehe, dann muss ich mich umdrehen, oh nein, bleib, bleib, bitte, danke schön, jetzt habe ich alle Star Coins, was sind das für Dinger hier unten, Alter, die gehen mir voll auf die Nerven, nein, geh weiter, 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 nein, scheiß Ding, alter, wie knapp, alter, krass, hey, hey, deine Mutti, hä, wo muss ich jetzt lang, deine Mutter, komm her, Bro, hä, hä, willst du mich verarschen, ist das gleich diese Tür hier, oder, ja, das Spiel will mich verarschen, oder, ist hier was, ne, ich glaube hier unten, fick dich, fick dich, du Tunte, ja, lass mich durch, so, jetzt hoffe ich, komm ich raus, perfekt, dankeschön, jetzt muss ich hier nur überleben, ja doch, das ist nicht schwer, wir haben es geschafft, alles Star Coins, Bitches, und, Normal Exit, wie gut ist, Normal Exit ist auch nicht schwer, ist ein normales Exit, das Secret Exit ist eher die Herausforderung, so, wir kommen zu 2,4, oder, 2,4 oder 2,B, und ich habe hier gehört, dass man hier, äh, ein One-Up-Git holen kann, also hier gibt es ein One-Up-Git, damit ihr Bescheid wisst, also muss ich erstmal hoffen, dass ich den Tanuki erwische, sonst geht er nämlich nicht, nein, nicht das, ach Gott, so, was ist hier eigentlich, ach scheiße, hier gibt es einen normalen Stern, oh cool, interessiert mich aber herzlich, wenig und ich habe den ersten Stern, das ist ja richtig geil, perfekt, was will der Stern immer zu hier, hier kann man ja eigentlich auch genügend Wollab sammeln, aber, möchte ich eigentlich ja gar nichts machen, okay, ich möchte Tanuki haben, bitte, das wäre super, äh, war hier nicht der Tanuki, bitte, bitte, nope, hier, auch nicht, wo ist der Tanuki hier, bitte, nicht die Feuerblume, Tanuki, wo bist du denn, hä, nein, wo ist der Tanuki, bitte, ach Gott, ich glaube, ich kriege das nicht hin, nee, das mit dem Ding geht nicht hin, mit diesem Wollab-Cheat, weil, der geht ja nicht hier, glaube ich, zumindest hier, so, müsste man der Tanuki hier nicht bekommen, genau, der müsste hier sein, aber wieso geht das denn nicht, so, das müsste aber eigentlich ohne Tanuki auch wunderbar klappen, hoffe ich zumindest, doch, geht ja einiger, nee, geht nie im Leben, nee, das geht nie im Leben, Mann, was ist das, Scheiß, wie möchte der Tanuki haben, Bitches, deine Mutter stinkt nach Cockpuder, Hurensohn, was ist hier unten eigentlich, ja, geh noch weiter nach unten, Alter, Scheiß, Hurensohn, so, ach, Gott, ich möchte doch nur den Tan, deine Mutter, ja, toll, mit einer Starkoin bin ich rausgekommen, hahaha, witzig, sehr witzig, hahaha, bist du witzig, du Hure, was ist das denn für eine Scheiße, bitte, ich hab nichts verstanden, bei diesem Level, was ist das denn, Alter, ja, komm, los geht's, nochmal, ich mach den Tanuki, Bitch, nein, nicht das, auch wenn das cool ist, aber das brauche ich nicht, töte mich, genau, Dankeschön, so, ich möchte den Tanuki, bitte, wenn das wäre nett, vielleicht bekomme ich den hier so, wenn ich die ganzen roten Münzen einsammle, wer weiß, braun, scheiße, 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 schnell, nicht die Feuerblume, das ist so ein Scheiß, ich möchte doch keine Feuerblume haben, ich möchte einen Tanuki haben, bitteschön, gebrötet, bostet, Hurensohn, ach, GOTT, ja, bringt mich um, tötet mich, tötet mich, du Hurensohn, tötet mich, tötet mich, tötet mich, du Mistgeburde, warte, für den Scheißhaufen, ich möchte doch nur den Tanuki haben, bitte, oder, ich hole mir einen Tanuki hier einfach mal ab, wenn es so, wenn die so blöd sind, um mir einen Tanuki zu geben, gib mal her, please, das ist ja wohl, der Wahnsinn hier, geil, ja, da freut sich der Tor, ne, aber richtig, so, ich weiß, wie das geht in 2-4, man muss die Koopas kommen lassen, also man muss da auch wirklich lang warten, ach, schauen wir mal, ne, Brudis, wir haben den Tanuki, und ich hoffe, wir kriegen es auch hin, sonst wäre es richtig scheiße, ich möchte den Wanabjid schaffen, da muss, da muss, perfekt, so, äh, deine Mutter stinkt nach Erdnuss, Bruder, Dreb, weg mit dir, Dankeschön, und, die Frage ist, wo die 2, das da können und so weiter ist, ja, schon klar, so, weiter geht's, äh, okay, gut, 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 so geht der Wanabjid nämlich, genau, Bro, so, es geht immer wieder, bis, bis wir den Tanuki verlieren, das ist natürlich nicht ganz so einfach, es gibt noch viel einfacher Wanabjids, äh, Wanabjids, die man machen kann, der hier ist der aufwendigste am meisten, also der ist am aufwendigsten von allen, finde ich zumindest, so, so, okay, doch, der ist echt am aufwendigsten, Leute, damit ihr Bescheid wisst, so, 84 Wanabjids haben wir bis jetzt, bumm, wir haben, hier bekommt man auch am langsamsten, so wie ich sehe, der dauert es auch am meisten, dauert es auch echt am längsten, bis wir ein, bis wir genügend Wanabs haben, so, ich hoffe, ich bekomme dieses eine Krone, das wäre super, das wäre echt super, Freunde, ja gut, 100 Wanabs, okay, was, willst du mich verarschen, ja, dann halt nichts, gut, 107 Wanabs schon mal, wir brauchen über 1000, um die zweite, ne, nicht die zweite Starcom, was labere ich da für eine Scheiße, schon wieder, so, um, äh, um den fünften Stern zu bekommen, genau, wir brauchen nämlich 5 Sterne, und die wollen auch alle, so, hier geht es nämlich weiter, glaube ich, dritte Starcom, wo ist die zweite, hier geht es nämlich nach unten lang, und, das führt uns zum Ziel, aber da möchte man nicht hin, und ich habe gesehen, was da oben war, wie komme ich nur da hoch, ist halt die Frage, ne, wie soll das gehen, doch, wir brauchen eine Tanuki, Bro, wir brauchen eine Tanuki auch hier, so, ich höre hier was, genau, das brauchen wir, so, bitte schön, verpiss dich, so, komm, nein, nicht schon wieder, ach, deine Mutter, Tanuki, bitte her, ihr rote Putter, deine Mutter, ja, stirb, du Nutte, ja, komm, alter, ich wollte mich, denn das scheiß Ding haben, scheiß, zweitig, stark heute, alter, war die, ich sag, für die scheiße, die ist asozial, die ist kacke, die ist beschissen gemacht, na los, wir müssen wieder, zu diesem Ding da unten hin, ja, super doll, super doll, ich hoffe, jetzt geht's, das ist echt saukacke, nein, deine Mutter, kann das sein, dass ich hier vielleicht, bitte einen Tanuki bekomme, aber das bekommen wir ja nicht, gibt's hier vielleicht, irgendwo so eine Ranke hier, wäre doch mal schön, nett gewesen, man bekommt hier nicht mal einen Tanuki, wie soll das denn gehen, überlegt euch mal, ihr Nutten, alter, Spaß, dies, alter, du bist so auf die Eier, wie soll man da hochkommen, wie soll man da hochkommen, ha ha ha, ihr seid doch richtig geistig gestörte Kinder, ihr seid doch geistig behindert, ihr seid doch geistig minderbemüttelt, ganz ehrlich, ihr seid doch geistig zurückgeblieben, mein Gott, wie soll das denn gehen, überlegt's doch mal, ihr Fotzenlinger, alter, seid ihr behindert im Schädel, oder was ist los mit euch, Gott, nee, ha ha, ha ha, ha ha, ihr seid doch geistig gestört, ha ha, das geht nie im Leben, das geht nie im Leben, zweiter Starcoin ist unmöglich, ganz ehrlich, ich seh da überhaupt keinen Grund, ganz ehrlich, ich seh da überhaupt nix, Hör aufzuleggen, Hör aufzuleggen, verdammt, du Scheiße, Frips hat vollkommen seine Scheißtage, und ich hasse das Spiel langsam, nach einer Zeit hasse ich das Spiel, komm, verfick dich jetzt, fick dich, fick dich, du russische Ficker, Das ist ein One-Up-Raum, aber wo ist die zweite Starcoin, bitte, wo ist die denn? Oh Gott, Das kann nur hier oben sein, die kann nur da oben sein, das geht nicht woanders, ja komm, da brauchen wir eine Tanuki, die sind doch geistig gestört, diese dummen Entwickler, ihr seid scheiße, ihr seid behindert, ihr seid behindert, ihr seid Wichser, solche Arschgesichter, ich hasse euch, ich hab euch in den Arsch gebumst, Alter, was ist das für eine Scheiße, bitte, wie denkt ihr so eine Scheiße aus, bitte, 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 die töten, Alter, weil ich kein Tanuki hab, haha, witzig, tralala, Hurensohn, so unnötig, so unnötig, dieses Level ist so unnötig, ganz ehrlich, was ich da für ein Scheiß Level, was ich da für ein Beschissnis Level, wer hat diese Scheiß Idee gehabt, ich hab auch eine Tanuki, und ich bekomme eine Auslosung, wer hatte diese Idee, den bringe ich persönlich um, ganz ehrlich, was ist das für eine Scheiß Idee, was für eine Schnappsidee, oh, deiner Mutter, Cooper, Cooper, ich bumse dich, Schwuchtel, Alter, ja, ist ein schönes Spiel, schönes Superspiel, hahaha, hahaha, ja nicht mehr goldene Tanuki, goldene Tanuki, damit meine Sterne nicht mehr glänzen, das, das wollt ihr, oder, ihr wollt doch erreichen, dass die Leute, dass die Leute keine 5 Sterne glänzende Sterne haben, damit ihr angeben könnt, ihr Wichser, so komm, fickt dich, du Wichser, danke, oh danke, lieber Gott, oh danke, oh danke, darf ich es nur nicht verlieren, wenn ich es verliere, dann muss ich es mal popeln, und es dann aufessen, haha, das war ein, oh Gott, ist das scheiße, ich labere nur Müll, aber ich, ich labere halt immer Müll, danke schön, danke schön, danke schön, fliegt, oh Himmel, oh Herr, hä, wollt ihr mich verarschen, wo ist ich dann, die zweite Starke, hä, ihr wollt mir jetzt nicht sagen, was ich alles, ich wollte mich verarschen, hä, wollt ihr die zweite Starke, bitte, also ich sehe da überhaupt keine Grund, überhaupt, die zweite Starke, wo ist die überhaupt, ich sehe da überhaupt keine, ganz ehrlich, da ist doch nichts, seht ihr da was, aber ich sehe da überhaupt keine zweite Starke, ganz ehrlich, das ist ein asoziales Starke, oder hundertprozentig, zweites Starke, ich suche sie mal aufs Screen, bis gleich, die Entwickler wollen einen verarschen, ja, das habe ich schon gemerkt, äh, seitdem ich dieses Level kenne, ja, ihr habt richtig gehört, ganz ehrlich, was soll ich davon halten, also, ach Gott, diese Starke, die ist schön, die ist scheiße, wie oft noch, so, hier bekommen wir erstmal der Feuerblume, ja, die Starke, ist die fair, nein, ha, im Gegenteil, hier haben wir doch was übersehen, und zwar, ihr seht ihr sie gleich, ist es schwer, drauf zu kommen, oh ja, so, ihr seht ja diesen Block, den habe ich jetzt weg gemacht, und, wir kommen hier runter, ja, hm, was soll ich dazu sagen, ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen, noch, was soll ich dazu noch großartig sagen, nix, oder, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ja, dann machen wir noch 2b, dann haben wir halt nur 3 Level pro Part geschafft, aber, hm, was soll's, 2,4 war ja, also, so, das ist ja genug, finde ich, so, und, ja, wir können ja auch mal kürzere Part, oder eher, weniger in einem Part mal machen, dafür, je nachdem halt, wie lang der Part halt immer ist, ne, so lang spiele ich halt auch, und, mehr schaffen wir halt wirklich nichts, so, wieso habe ich gar kein Ding bekommen, äh, keinen Pilz genommen, so, jetzt hatte ich gar kein Problem, diese überhaupt dahin zu lenken, seht ihr, das ist überhaupt kein Problem, so, scheiße, jetzt bin ich in der Sackgasse, würde ich so sagen, verpisst euch, okay, perfekt, wir haben es geschafft, rauszukommen, jetzt müssen wir nur abwarten, nein, wieso springst du da hin, vollidiot, komm schon, das war nicht mein Verdienst, das war ein dummes Klempner's Verdienst, ja, komm, deine Mutti, weiß ich, Mutti, mit Nachnamen, alter, den Bombennervenübelst, ey, verpisst euch, den möchte ich haben, den Pilz möchte ich haben, bitteschön, dankeschön, so, mach das mal kaputt alles hier, das ist super, das ist ja eine super Leistung hier, dann fickt dich, ja toll, jetzt habe ich nichts geschafft, ne, doch, perfekt, bleib hier, bleib dir selber treu, Bitch, du Hurensohn, auch perfekt, perfekt, fickt euch, fickt euch, verpisst euch, tschüss, jawohl, so, da hört nämlich jetzt mal diesen, äh, Halbzeitfaster mit, oder was weiß ich, was das ist, Halbzeitfahnen etwa das, und was ist hier unten, ich denke, hier ist ein Secret, was, hat man aber wegen den Münzen wenigstens noch gesehen, also ganz okay, das Secret ist ganz okay versteckt, nicht miserabel oder so, aber ganz normal versteckt halt, ne, was ist da, ein Secret, Alter, Starcoin, wo bist du denn überhaupt, Sinn, Unlustig, ha, 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 witzig, also ich glaube, dass da doch was war, oder ich habe einfach nur nicht hingeguckt, ein, was, zum Teufel, was, hä, wollen wir mich verarschen, die Entwickler, wo ist denn hier Starcoins, Alter, schon wieder so ein asoziales Scheißlevel, so beschissen, ah, hier ist die zweite, Starcoin, wie soll ich da hochkommen, pff, denken die alle denn, die Scheißentwickler, ha, ja, deine Mutter, ha, 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 selbst Mario lacht da, der Lappen, alter, was ist das denn, ich glaube, dass da doch was war, da musste doch da auch was sein, ich glaube, wir müssen einfach mal, weiter runter, ha, ja, deine Mutter, ganz ehrlich, was ist denn da unten, wenn, das ist doch so krass versteckt, was, da muss doch wenigstens was, sein, das macht doch keinen Sinn sonst, sinnlos, das Versteck, weil ich muss einfach nur hier sein, hier ist nix, das merke ich nämlich, weil da geht's nämlich, da geht das Screen nämlich anders, so, was ist denn hier, so großartiges, was, was, what the fuck, wo soll ich da, ha, wie soll ich da da drauf kommen, dass ich das hier kaputt springen muss, pff, ganz ehrlich, Entwickler, ihr seid doch, ja, ich sag lieber nichts mehr dazu, und der dritte Starcode muss man mit einem Bombo-Bereich, na gut, haben wir alles, also ganz ehrlich, wer kommt auf so eine Scheiße, wer kommt auf so eine Hundescheiße, naja, geh ins Ziel, diese Scheiße meint ich noch nicht nochmal mit, auf jeden Fall das war's, mit diesem Part, Freunde, dann auch, und wir sind uns im nächsten Part bei, wie soll ich sagen, da, hier, ne, würde ich sagen, und ich bezahle das mal hier, dass ich im nächsten Part eine Goldblume holen kann, falls ich sie auch möchte, so, gespeichert, und im nächsten Part geht's hier weiter, haut rein, ciao. und im nächsten Part.